So, da ist schon mal der erste Kollege. Wer versteckt sich denn hier drinnen? Der Kommandant. Na, sieh mal einer an. Das ging jetzt wirklich schneller als gedacht. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo dieses Taubending ist. Okay, das war einfach, aber... Ich glaube, der Weg dahinter wird noch das Schwierige sein. Das war hier mehr so, naja... ...die richtigen Riecher gehabt. Aber das war es ja noch nicht. Das ist das Schlimme. Oh, fuck. Wenn ich jetzt so eine Haftmine hätte, würde ich das Ding einfach da dran klatschen. Und dann würde das dann irgendwann nach ein paar Sekunden hochgehen. Na komm, fahr zu. Oh, fuck. Es ist das eine Haftmine. Oh, fuck. So und das muss es eigentlich gewesen sein. Ein einzelner Befehl würde nicht reichen, gemäß dem osmanischen Protokoll musste er dem Zug in dreifacher Ausfertigung vorliegen, um gültig zu sein. So und jetzt machen wir uns auf ins Dorf, ins osmanische Dorf. Hier! 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 Das macht auf jeden Fall eine sehr eigenartige Wendung. Das ist wieder so die KI-Aussetzer. Erinnert mich ein bisschen an Arma oder die früheren Operation Flashpoint-Teile, wo die KI auch mal zehn Wendungen gemacht hat, bis sie mal wieder zurückgefahren ist. Was macht denn der da unten? Der Fahrer ist besoffen. So, das ist wieder ein Aussichtpunkt und eine Scharfschutze dieses Mal. Da ist der Taubenhort oder wie man das nennen mag. Aber ansonsten sehen eigentlich Dächer so weit leer aus. Das ist jetzt auch kein Gegner. Darum ist noch ein Maschinengewehr. Sollte eigentlich gehen. Ist, glaube ich, machbar. Ich meine, es sieht zwar jetzt sehr einfach aus, und man denkt sich wahrscheinlich so gerade, naja, gut, könnten ja auch ein paar mehr Soldaten sein, aber wenn man mal so zurückblickend auf den Anfang der Mission guckt, hieß es ja, die rechnen gar nicht mit einem Angriff, sondern sind eher so ein bisschen gechillt hier. Weil sie halt einfach für sich schon denken, sie haben den Krieg gewonnen, aber Pustekuchen. Wir haben da auch noch so ein Württchen mitzureden. Ich denke mal, der Kommandant wird wahrscheinlich so mitten im Zentrum irgendwo rum patrouillieren. Da ist ein Flammschütze. Und ansonsten, ja. Das sehe ich noch nicht. Ich hoffe, da oben ist keiner. Der Kletter ist nicht wirklich hoch, oder? Nee, okay, ich dachte schon. Noch ein Flammschütze. Ich vermute, der Typ, der unter uns das Ganze ist, das ist wahrscheinlich bestimmt der Kommandant. Das heißt also, der ist genau in diesem Gebäude, wo wir uns gerade drauf befinden. Und ich denke mal, er hört gerade gechillt Musik. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Gott sei Dank bleibt ihr oben liegen, ey. Gott sei Dank. Okay, das war jetzt auch einfacher als gedacht. Gut, ich glaube, das war wahrscheinlich eher so ein Glücksfall. Ich denke mal, das sollte eigentlich nicht so passieren. Kommst auch hochklettert, du Sack. Ja, guck ihn an, ey. Guck dir das an. Oh, fuck, du. Das kannst du schon vergessen. Nichts, ohne. Tot bist du. Was machen die eigentlich? Sind wir jetzt nicht bei Assassin's Creed, oder was? Scheiße, die kommen natürlich jetzt alle hin. Aber wirklich alle, nacheinander. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also, gleich wird Alarm geschlagen, wenn ich den Alarm nicht vorher ausschalten kann. Ah, vielleicht klappt sie. Vielleicht denken sie ja, sie schlafen. Es ist alles möglich hier. Tja, meine Liebe, die Nachricht wurde längst geschenkt. Aber nicht die Nachricht, die du dir gewünscht hättest. Lorenz war so ein guter Gastgeber. Was für ein Jammer, dass ich fliehen musste. Natürlich nicht, ohne mir die Position von Lorenz' Lager zu notieren. Das heißt, der Zug kennt sie auch. Zweimal. Hast du dem Zug gesagt, alles wäre in Ordnung. Aber... Von mir weiß er, wo er angreifen muss. Die Bestie hat die Witterung aufgenommen, meine Liebe. Und sie wird dich und deine Rebellenfreunde vernichten. Erst durch den Feuersturm der Kanonen. Dann wird die Truppen, die alle Beliebenden ausradieren werden. Die Legende von Lorenz von Arabien stirbt heute Nacht. Lorenz. Untertitelung des ZDF, 2020